Bei einer neuen Folge Minecraft Bedwars mit mir und Mr. Gamezucker LP Hallöchen Und ich hoffe, dass man ihn nicht doppelt hört Wenn doch, dann tut's mir leid, aber es ging nicht anders Ja... Ist noch ein bisschen Problem bei uns, Meng Ja, aber... Ich denke mal, das müsste schon passen Hört ihn halt doppelt Ich hoffe, dass ihr keine App mehr davon bekommt Hm... Um doppelt zu reden, wenn sie... Äh... Tja, ich bin bei Grün Ich weiß nicht, wo du bist Ich bin bei Gelb Bei Gelb? War nicht das Einzige noch frei Stimmt Hätte auch noch in Rot, aber die waren mir nicht so... Ich hoffe, es nimmt bei mir auf Nicht, dass es da nicht aufnimmt Naja, werden wir gleich sehen Vorletzte Folge bei mir! Stimmt Bei mir dauert's noch Und dann... Ist die ersten Season schon vorbei Ich glaube doch... Über 20, 30 Folgen sind's noch bei mir Hm... Na, du kannst da eigentlich auch so eine Infocard reinpacken Oder etwa nicht? Was nochmal? Eine Infocard kannst du auch einpacken Was... Verspiel... Du halt denkst, machen möchtest Achso... Das meine ich damit Ich wollte es auch in die nächste Folge Achso... Und... Bei mir wird... Kommt immer das ganze geknacke Was ist da los? Knacke, knacke, knack... Also knack, knack, knack Wenn man runterfällt und Schaden nimmt Achso... Das ist wie Knacke Das hätte ich mir so an Wenn man sich am Bein brechen würde Hm... Stimmt Oh... Ich bin zu früh Hä... Ist das Bett nicht mehr hier? Doch... So... Mal gucken ob man jetzt eigentlich mal dazu kommen Mal gegeneinander zu kämpfen Ne... Wenn jetzt müssen wir wirklich mal in die letzte Folge das mal machen Ne... Stimmt's? Hm... Na ja... Wird schon irgendwie klappen Ne... So... Ausgerüstet habe ich mich Dann... Woll ich jetzt nochmal Gold holen Ne... Es gibt ja diese Insel wo das Gold ist Ja... Dann mal... Dann werde ich mal dahin gehen So... Dahin ist es ja... Schon die Insel Dann werde ich mal gleich noch hinbauen Ganz vorsichtig Na... Hä... Ok... Es will nicht Da geht's auf einmal Da... 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 Zack... Zack... Es gibt ja auch welche die machen so ein paar Splitschen So wie das heißt So schnell bauen Aber... Ich... Ich käme mir jetzt auch so ein bisschen Ich habe es mal gesehen aber... Ich glaube das werde ich nicht schaffen Naja... Oh... Der hat schon angegriffen bei mir Jetzt schon? Mhm... Da fragt einen wie kann man Spin wechseln Keine Ahnung... Äh... In Minecraft Spin Nix da... Weg da hier... Äh... Da klinge ich... No... Meiner... So... Ich klemmte das Gold hole eigentlich Ich frage jetzt nämlich mir jetzt ein Bogen oder nehme ich mir ein Schwert Ei... ehhh... Eines... Kann ich nehmen nur... Ei...eiiiei... Hmmm... Oh... Und tschüss. Ich nehme erstmal Schwert. Der war gut. Lilla hat bei uns einen Küken schon. Ja? Das ist jetzt nicht so gut an. Ich habe trotzdem eine Idee, was ich mache. So, erstmal alles. Oh, Lilla greift bei uns an. Aber er hat was getötet. Aber die greift alle Lilla an? Ja. Oh je. Oh oh, sieht nicht gut aus. So. Achso, da ist ein Gewinner von uns. Ich habe schon gedacht, Ida scheint bei uns zu sein. Hä, was ist denn da los? So, ich muss dann wieder runter gehen. Noch ein bisschen Bronch einsammeln, damit ich noch ein paar Steine kaufe, die mir holen kann. Und damit ich mein Vorhaben in die Tat umsetzen kann. So, jetzt gehe ich nochmal hoch. Mal gucken. Ich saufe. Eieiei. Mal gucken, ob das klappt. Das, was ich vorhabe. Denn ich werde so etwas wie eine Mauer ziehen. Aber ich glaube, es ist eigentlich fertig. Weil nicht der Camp so genau leben wie es ist. Eieieiei. Aber ich glaube, da mit anderen Problemen zu kämpfen. Ja, ich muss jetzt mal selber hier. Mal gucken, was weiß ich. Naja. Sammeln noch mal ein bisschen Eisen. Aber das ist kein Eisen. Ich brauche nur ein Eisen. Und den habe ich auch bekommen. Oh, der stellt sich selber runter. Ah, nee. Entweder noch. Oh, nein. Oh, nein. Und hier, das Bett ist weg. Verdammt. Das ist ein Problem. Er kommt schon. Nein. Der Fehler dreht sich weiter hoch. Oh, tschüss. Jetzt weiß, was ich vergessen habe. Ah, du Mist. Ich habe noch zwei Herzen. Nein. Und da oben wird angegriffen. Wer hat überhaupt unser Bett gebaut? Rot hat es abgebaut. Hä? Rot hat es abgebaut. Rot hat das Bett abgebaut auch noch. Ach, verdammt. Wie mache ich das jetzt? Jetzt kann ich das mit der Mauer vergessen. Na ja. Jawohl. Du verteidigst es ja. Sehr gut. Jawohl. Ich habe den gekillt. Super. Ja. Ich gucke nochmal hoch. Was da raus ist. Was da raus ist. So, den legen wir noch ein bisschen zusammen machen. Na, der nächste kommt. Der nächste Treben kann es ändern. Und bei euch gelben sieht es ja noch gut aus. Noch sieht es gut aus, ja. Noch. Man kann nie wissen. Man kann sie immer ändern. So, noch ein bisschen Gold einsacken. Ein bisschen Gold. Das ist wichtig. Damit ich mir den Bogen finanzieren kann. Oh. Nicht wundervoll. Wäre fast passiert. Ich bin noch zu dritt. Oh. Mal so viel ausgelöscht. Oh. So, dann wollen wir mal schnell den Bogen holen. Einen Boden bitte. Und ein, zwei. Ich muss mir erstmal Blöcke holen hier. So. Dann baue ich noch Abbruch. Ach, Blöcke sind drin. Alles klar. Dann bin ich eigentlich bereit zu campen. Da 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 da. Und der fällt es von selber runter. Alles klar. Dann trank mit. Auch richtig. Und einen goldenen Apfel. Entschuldigung. Du musst ausstoßen. Nein! Oh. Wie ist denn das bei euch passiert? Weiß ich es nicht. Ich glaube, das kann man wieder in den Kopf gegeneinander vergessen. Da oben sah ich ja ne. Wie gebe ich ihn hier? Ach, der spielt von selber runter. Okay. Hm. Ich habe gedacht, ich kann ihn nochmal toppen. Aber er wollte ja nicht. Hm. Und welche Seite ist es nicht? Komm, Alter. So ne Scheiße. Oh. Da wird es auch nichts mehr. Diesen Sieg vielleicht. Na gut. Ja. Vielleicht können wir uns dann irgendwie treffen. Oder bist du schon tot? Nein, nein. Ich bin noch nicht tot. Gott sei Dank. Sag ich es nur. So. Nochmal Gold. Vier Stück. Ah. Feines wüsste. Hm. Wir kommen jetzt. Wann machen wir deine Finger? Wir sind immer zu dritt. Wir sind zu fünft. Die anderen sind sechs und sieben. Hm. Hm. Sie kommt jetzt zu uns. Reif uns an. Hm. 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 Ähm. Ich frage mich, wo der kommt. Die kommen nicht. Auf meiner Seite auf jeden Fall nicht. Das weiß ich selber nicht. Hm. Hm. So. Habe ich mich nochmal ausgerüstet. Das ist wichtig. Oh. Tja. Okay. Und die haben wir noch geschrieben das. Die haben noch geschrieben die machen das. Ja. Jetzt. 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 Jetzt ging sie eher. Ihr Quittung. Für sowas. Hm. Und das finde ich eigentlich schon gerecht. Also ich denke mal Lila hat es verdient. Oh. Nur weil sie mit Gold spielen auch. Jetzt jammern sie rum. Ja. Aber erstmal hier eins auf dicke Hose machen. Ja. Ja. Ich verstehe die nicht. Hä. Was mit Gelb. Ob wir denn was mit Gelb. Ja. Jetzt jammern sie rum. Nee. 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 Ja. Das hat jetzt Lack von mir. Ich bin der letzte auch noch. Oh. Schatz. Oh. Nein. Oh! Eieiei. Bei mir ist einer. Wie mache ich das? Der verschwindet? Null Kills? Ich hab doch zweit killed. Warum steht da null? Keine Ahnung. Hä? Komisch. Ich frag mich was die da bauen wollen. Naja, mach dir nicht so viele Gedanken eigentlich. So, das war eigentlich noch eine Enderpearl eigentlich. Na, wenn ich schon eine Rettungsplattform habe, denn sonst komme ich ja nicht mehr nach oben. Oh, ich hätte auch eine Enderpearl, damit ich mich dann nach oben wieder teleportieren kann. Dann muss ich aber dann die Enderpearl sofort ziehen, falls ich unterfalle. Okay. Weil, wenn du zu lange zögerst, kannst du auch sterben durch die Enderpearl. Ist mir schon passiert. Oh, was denn jetzt? Ich wurde Verbindung abgebrochen. Nicht schon wieder, oder? Doch. Also bestimmt irgendwas nicht. Eieieiei. Dann stimmt entweder irgendwas mit dem Server nicht. Oder... Ich hab eigentlich das raus, was in Ordnung macht. Na, entweder ich spiele den Minecraft selber nicht, oder einfach Minecraft. Das geht nicht mehr so richtig. Hm. Da muss man mal rausfinden, oder? Ja. Und wenn ihr irgendwo noch einen Plan habt, sagt das bitte in Kombis. Damit wir proben können, oder? Ich denke mal, das liegt dann selber, oder? Ja. Wenn wir mal beim anderen Servermarkt bekommen. Ja. Vielleicht können wir beim nächsten... Das nächste... Also... Kaum bin ich tot, kaum töst, weißt du? Ja. Wahrscheinlich kriegst du aus, wenn du stirbst. Das ist wie bei Get Down, wenn man bei BVP reingeht. Ja. Wenn sich was verändert, weißt du? Stimmt. Ja. Wenn dann die PvP-Hunde beginnt. Ja. Immer wenn sich was verändern will. Na ja, dann zeig ich ein bisschen die... Die Map hier. Ja. Ich werde so lange den Kampf ausfechten. Du kannst ja auch sagen, wer gewonnen hat. Außer du fliegst dann auch raus. Hm. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es auch nicht. Denn wenn ich dann Ausfliege beenden will, natürlich... Ja. Ich hoffe es nicht. Ja, freilis. Gelb wurde vernichtet. Und Rot ist auch vernichtet. Jetzt bin ich der letzte Grüne. Oh oh. Oh man. Ich glaube jetzt kommen sie gleich alle angeschossen. Ich muss mich vorbereiten. Aber komisch weiss habe ich null Kills gehabt, obwohl ich zwei getötet hab. Ich weiß nicht wie die das berechnen. Die war richtig komisch. Und das Bohrenschloss. Da geht so Jump Down Get Down. So. Das geil war es. Äh. Äh. Ending. So. Noch ein bisschen Gold einsammeln. Ein bisschen im Web zeigen hier. Ein bisschen im Web zeigen hier. Ein bisschen im Web zeigen hier. Ja. Ja. Das ist... Keine Ahnung. Ist erst seit neuestem. Ja. Seit mal... Seit äh... Sonderpause. Also nach der Sonderpause. Ja. Da stimmt irgendwas nicht. Ja. Oder sie haben irgendein Update gemacht, wo dann irgendwas da drauf ist, dass das zum Aufsturz bringt. Hm. Also vom Minecraft Seite aus oder vom Server aus. Ja. Bei mir kannst du wahrscheinlich mal ein bisschen dauern. Ja. Ja. Ich bin der Letzte und die suchen mich gerade. Äh. LOL. Ich hab mich teleportiert, wo andere sind. LOL. Ich guck mal hier an. Kenne ich gar nicht. Hm. Keine Ahnung. Okay. Ich weiß nur, dass ich jetzt auf die warte, bis sie mich haben und ich da sterbe. Aber natürlich würde ich mich gar nicht, vielleicht kann bloß aufgeben. Hm. Mhm. Sondern. Ich kämpfe einfach. Wo geht's denn hier lang? So. Noch mehr Gold. Ach, vielleicht ist das im Haus. Und das hat so ähnlich wie Fahrstuhl gewesen. Wahrscheinlich. Ich weiß es doch nicht. Oh na, was die hier schreiben. Hm. Naja. Das ist das Haus gewesen. Vielleicht gibt es nicht alles noch. Aber ich glaube, es ist eh nicht. Hm. Da ist nicht zu viele Spieler da unterwegs. Natürlich geht's nicht weiter. Ich weiß es noch nicht. Es war die ganze Zeit raus. So. Jetzt zeig mal gerade, wo ich bin. Mal gucken, ob sie angerast kommen. Eigentlich nicht die schlechteste Map, die Map gemacht hier, also die Welt. Ja. Plus es ist halt jetzt nur ein bisschen Probleme mit dem Server. Oder von Minecraft aus. Also was der App beendet eigentlich, ist das noch bei mir. Ich hoffe, dass es bei mir nicht so aufhört. Bei 20 Minuten. Ja, ich glaube ich bin eh gleich tot. Aber bis jetzt sehe ich keinen. Wollen die jetzt nicht kommen oder wie? Oh Mann. Komm 1 gegen 1. Hallo. Also Bloodside hier und so. Ein bisschen Map zeigen. Einer hat die Wunde verlassen. Ja. Wahrscheinlich weil es so lange dauert gerade. Können wir sagen. Ah ja, das muss gleich sein. Hallöschön. Ja, bist denn du? Der holt ein Buch raus. Mh mh. Hier könnte ich auch machen. Oh mein Dokument. Ja. Ich habe nicht genügend Holz. Ich weiß ja wie ein Chat-Off geht. Da schreibt wieder einer Hacker. Oh da kommt er. Wack, wack, wack. Nein, bitte nicht. Ich will nicht. Oh nein, bitte nicht. Nein! Oh, da will der noch. Nein! Ach so, der Kalender jetzt bei dir. Ja, er hat gewonnen. Okay, da gehe ich nochmal zurück. Schlups. Hoffentlich bist du auch, glaube ich, fünf. Ah, hat mir noch was. Naja, war eine komische Runde. Ja. Bist du überhaupt? Fünf. Da bin ich ja schon. Ja, hallo. Na gut, das war eine komische Runde, aber das war es auch heute schon. Ja. War ein bisschen länger der Part. Ja. Dann werde ich mal sagen, war es das für heute. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Tschüssi.